Auch zur englischen Premier League gibt es natürlich ein Team of the Season meinerseits zur Saison 23-24, die mittlerweile natürlich beendet ist und ich stelle das Ganze hier tatsächlich ganz klassisch auf in einem 4-2-3-1 für jede Position ein Spieler, im Mittelfeld ein Sechser, ein Achter, ein Zehner und wir starten wie gewohnt mit dem Torhüter, der bei mir tatsächlich in dieser Saison Emiliano Martinez von Aston Villa ist. Diese Saison gab es in der Premier League viele Torhüter, die auf einem guten Niveau agiert haben, für mich war Emiliano Martinez auf jeden Fall der konstanteste und beste, wenn man alles in allem betrachtet, auch weil die üblichen Verdächtigen mit Ederson oder Alisson nicht ihre besten Saisons hatten und oder verletzt waren. Man muss hier noch ein paar andere Keeper erwähnen, wie zum Beispiel Areola, der bei West Ham die Ligaspiele gemacht hat, Jose Sa von Wolverhampton, Neto von Bournemouth, Onana von United hatte zwar am Anfang Schwierigkeiten, aber hinten raus war das auf jeden Fall ordentlich, Pickford von Everton auch nicht überragend diese Saison, aber auf jeden Fall auch nicht schlecht und Vicario hat es in seiner ersten Saison in England auf jeden Fall auch gut gemacht. Rechts hinten gab es viele Spieler, die auf echt gutem Niveau agiert haben und hier auf jeden Fall hätten rein können, ich habe mich aber dennoch relativ schnell auf Ben White festgelegt von Arsenal, einfach weil er konstant überragend war, als rechter Verteidiger, als rechter Innenverteidiger im Aufbau, aber immer wieder auch überlappend über außen, hatte dann auch offensiv seine Aktionen, war für mich einfach extrem stark diese Saison. Ansonsten muss man natürlich die üblichen Verdächtigen mit Walker erwähnen, mit Alexander Arnold, der aber dann auch hinten raus ziemlich lange verletzt war und auch Pedro Poro von Tottenham war wirklich stark in dieser inversen Außenverteidigerrolle, hätte ich ihm so auch nicht zugetraut. Genauso wie Diogo Dalot bei Manchester United war da einer der wenigen Spieler, der wirklich konstant performt hat, wurde ja auch glaube ich zum Spieler der Saison dort gewählt. Die Innenverteidigung habe ich unterteilt in rechten und linken Innenverteidiger, also wo die Spieler auch in Realität in ihren Vereinen gespielt haben. Und rechts spielt bei mir tatsächlich der einzige Spieler in meinem Team der Saison, der nicht in der oberen Tabellenhälfte gelandet ist mit seinem Team, und zwar ist das Tarkowski von Everton, der aber, wenn man seine Noten anschaut auf Sofascore, aber auch die Spiele wirklich defensiv überragend war. Everton hatte mit eine der besten Defensiven, man ist auch relativ weit unten gelandet durch den Punktabzug, also eigentlich hat man auch durchaus besser performt, vor allem wie gesagt dank einer guten Defensive. In der Tarkowski meiner Ansicht nach der Schlüsselspieler war und deshalb verdient hier auf jeden Fall drin ist. Als Alternative kann man natürlich Saliba von Arsenal nennen und auch Christian Romero von Tottenham. Und der linke Innenverteidiger ist bei mir Virgil van Dijk, klar er ist vielleicht ein bisschen über seinem Zenit hinaus, dennoch ist er immer noch auf absolutem Weltklasseniveau, meiner Ansicht nach. Steht hier auch so ein bisschen stellvertretend für die gesamte Liverpool-Mannschaft, die ja schon auch eine stabile Saison gespielt hat mit Tabellenplatz 3 am Ende. Hatte jetzt vielleicht auch nicht die krasseste Konkurrenz, ich würde da auf jeden Fall wieder Arsenal Innenverteidiger Gabriel nennen. Genauso einen Louis Dunk von Brighton, deren Kapitän, aber auch Jared Branfrey, der bei Everton der Nebenmann von Tarkowski ist und wirklich ein riesen Talent auf der Innenverteidigerposition ist. Links hinten spielt bei mir ein Spieler, den ihr vielleicht gerade als linken Innenverteidiger erwartet habt mit Joschko Guardiol, der aber vor allem gegen Ende der Saison auch am Anfang meistens als Linksverteidiger auch in der Viererkette gespielt hat unter Pep. Und das wirklich überragend, vor allem gegen Ende der Saison auch offensiv immer mal wieder sich eingebracht, Tore erzielt, Vorlagen gegeben. Und deshalb muss er hier rein, einerseits aufgrund seiner eigenen starken Leistungen, andererseits weil ich da keine wirkliche Alternative sehe, die in der Liga da wirklich konstant gut performt hat. Auf der 6 ist es eine genauso klare Angelegenheit, wieder ein Manchester City Spieler und natürlich ist es Rotri mittlerweile ganz klar der weltbeste 6er. Auch in dieser Saison immer wieder in den wichtigen Momenten da gewesen. Wenn City mal Probleme hatte, dann war er da und hat die Tore erzielt. Ansonsten defensiv alles zusammengehalten und mit Ball immer wieder das Spiel organisiert. Also da kann man eigentlich nicht drüber diskutieren. Der muss hier rein. Man kann noch einen Bruno Guimaraes von Newcastle erwähnen, auch wenn ich den letzte Saison noch besser fand. Aber dennoch war er diese Saison auch wieder gut. Genauso wie ein Douglas Luiz von Aston Villa. Auf meiner 8er Position ist ein Spieler, der eigentlich auch 6er spielen kann, aber bei Arsenal auch häufig den 8er gegeben hat. Dann war Schorginho meistens der 6er und zwar ist es natürlich Declan Rice, Rekordneuzugang im Sommer gewesen. Aber der war seine Ablöse wirklich trotzdem wert und ist direkt eingeschlagen. Wie jedes Jahr muss man hier auch Pascal Groß erwähnen, auch wenn es mit Brighton nicht ganz so gut lief. Aber er individuell war wieder erneut stark, ist dementsprechend auch verdient bei der Heim-EM dabei. McAllister war stark in seiner Debüt-Saison für Liverpool und man muss auch mal einen Spieler von Luton Town hervorheben, nämlich Ross Barkley, der auf der zentralen Position in deren System wirklich enorm wichtig war, dass sie überhaupt Chancen hatten, irgendwie die Klasse zu halten, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Auf der 10. diese Saison völlig unumstritten Phil Foden von Manchester City wieder einmal, mit Rotri denke ich mal deren wichtigster Spieler dieses Jahr gewesen. Am Anfang war De Bruyne verletzt, Foden hat für ihn gespielt und hat ihn wirklich überragend vertreten. Auch danach noch konstant auf Weltklasseniveau abgeliefert. Deshalb muss er hier unbedingt rein, auch wenn es da wie jedes Jahr mit Ödegard und Bruno Fanant auf jeden Fall gute Alternativen gab. Und gerade Ödegard hätte es sich auf jeden Fall verdient. Aber das Niveau und die Leistungsdichte gerade in der Offensive in der Premier League sind einfach so dicht, dass man da auch wirklich geisteskrank gute Spieler rauslassen muss. Wohl oder übel. Denn genau das ist auch auf dem rechten Flügel der Fall, vor allem dort, denn da habe ich zwei Spieler mit Saka und Salah, die nicht drin sind, es aber wie jedes Jahr verdient hätten. Aber irgendwo muss ich mich ja entscheiden und ich fand dann overall gesehen die Leistung von Cole Palmer einfach besser. Bei Chelsea in seiner ersten Saison als wirklicher Stammspieler hat das Team einfach auf seinen Schultern getragen und am Ende noch nach Europa gebracht. Das verdient einfach großen Respekt. Ja, es waren viele Elfmeter dabei, aber dennoch finde ich, dass die Leistung auf jeden Fall gut genug war, dass er hier rein muss. Neben den drei genannten muss man hier aber auch noch Jared Bowen von West Ham, Leon Bailey von Aston Villa und natürlich auch Bernardo Silva erwähnen. Auf dem linken Flügel spielt bei mir Hoengmin Son. Klar, man hätte jetzt einen von rechts auf links packen können, aber ich wollte auf jeden Fall auch einen Tottenham-Spieler drin. Und es ist ja nicht so, dass Son sich das nicht verdient hätte mit 17 Toren und 10 Vorlagen, also da war er wieder enorm stark diese Saison. Erste Saison unter Postekoglu, Fünfter geworden am Ende, also das geht auf jeden Fall auch klar. Man hätte hier durchaus noch einen Gordon reinnehmen können von Newcastle, weil der hat für sein Alter echt auch eine starke Saison gespielt und dafür, dass Newcastle, ich sag mal, nur Siebter wurde. Aber im Endeffekt war Son schon noch besser. Man kann auch über einen McNeil von Everton sprechen, beziehungsweise da reicht es, ihn zu erwähnen. Im Sturmzentrum wird es vielleicht ein bisschen kontrovers, denn ich habe mich nicht für Erling Haaland entschieden, sondern für meinen zweiten Aston Villa-Spieler mit Oli Watkins. Und natürlich ist es schwer zu verargumentieren, dass ich einen Stürmer mit 27 Toren nicht ins Team der Saison nehme. Allerdings ist für mich die Leistung von Watkins einfach deutlich bemerkenswerter, denn Haaland hat tatsächlich seine erwarteten Tore trotz der vielen Treffer underperformed, während Watkins da eine klare Overperformance zeigte, also deutlich mehr rausgeholt hat. Aber nicht nur das, er ist auch Top-Vorlagengeber der Liga mit 13 Vorlagen, hat zudem 19 Tore selbst erzielt, somit gleich viele Torbeteiligungen wie Haaland und das im deutlich schwächeren Team, wie ich letztendlich festhalten würde. Ansonsten muss man auf jeden Fall auch über einen Isaac von Newcastle reden und auch über Solanki, Mateusz Kunja und Kai Havertz muss man reden. Somit komme ich am Ende bei drei Spielern vom Meister, also von City raus, zwei Spielern vom Vizemeister Arsenal, ein Liverpool-Spieler, dann zwei Spieler von Aston Villa mit Emiliano Martinez und Oli Watkins, was aber völlig klar geht in Anbetracht dessen, was sie erreicht haben aus ihren Mitteln in die Champions League zu kommen, dann noch jeweils ein Spieler von Platz 5 und Platz 6, also Tottenham und Chelsea und letztendlich ein Spieler von Everton, ist vielleicht ein bisschen weit unten, was das Team angeht im Vergleich zu den anderen, aber eher individuell, also Tarkowski hat es auf jeden Fall verdient und alles in allem finde ich das dennoch recht ausgewogen und dennoch repräsentativ gewählt. Interessanterweise ist kein Spieler aus meinem Team aus dem Vorjahr in dem jetzigen Team dabei, wobei viele auf jeden Fall knapp dran waren, wie ein Pascal Groß, ein Bukayo Saka oder natürlich auch Haaland oder Ödegar. Jetzt würde mich aber vor allem noch eure Meinung interessieren, zum einen zu meinem Team, zum anderen wie ihr aufstellen würdet, wenn ihr die Wahl hättet, lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!